Es geht jetzt mit einem innenpolitischen Thema weiter. Eine aktuelle Stunde, die die SPD-Fraktion beantragt hat. Und dabei geht es um den angekündigten Arbeitsplatzabbau bei Siemens. Fast 7000 Stellen weltweit sollen gestrichen werden, davon rund die Hälfte in Deutschland. Zwei Werke werden ganz geschlossen, nämlich in Görlitz und in Leipzig. Hier vor dem Reichstag haben Mitarbeiter von Siemens protestiert und demonstriert. Und einige von ihnen sind auf Initiative von SPD-Abgeordneten auch hier eingeladen worden, hören also dieser Debatte zu, die Martin Schulz für die SPD eröffnet. Zum gleichen Zeitpunkt hat das Unternehmen erklärt, 6900 Stellen abzubauen, mehr als die Hälfte davon in der Bundesrepublik Deutschland. Bei Siemens heißt es in der Konzernleitung, ich zitiere, die Auslastung der Werke soll gesteigert, die Effizienz vorangetrieben werden und Kompetenzen durch Mündelung von Ressourcen ausgebaut werden, soweit das Zitat. Man könnte auch sagen, wir schmeißen die Leute raus, das steigert den Gewinn. Das ist nicht das Verhalten eines verantwortungsbewussten Managements. Es ist inakzeptabel, meine Damen und Herren, dass ein internationaler Konzern, der jahrzehntelang direkt und indirekt vom deutschen Staat und von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern dieser Republik profitiert hat und nebenbei bemerkt auch von denen der Europäischen Union, jetzt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für krasse Managementfehler bluten lässt. Aber das ist die bittere Realität, kurz vor Weihnachten für einen Teil der Belegschaft. Die Entscheidung dieses Konzerns führt zu Verbitterung. Wir konnten das gerade hier vor den Toren des Reichstags erleben. Verbitterung, weil die Entscheidung unverantwortlich ist. Sie ist unverantwortlich, weil, ich sage es, in diesem Jahr der Konzern nicht Not leidet, sondern Rekordgewinne macht. Das ist unverantwortlich, weil sie ohne jede Rücksichtnahme auf das Leben der Beschäftigten und ihrer Familie getroffen worden ist. Und nicht zuletzt ist es unverantwortlich, weil es dazu führt, dass es regional schwere Schläge gegen die Wirtschaft in Regionen unseres Landes gibt, die Stabilität brauchen und nicht Verantwortungslosigkeit von Arbeitgebern. Was Siemens hier macht, meine Damen und Herren, gefährdet den Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn die Stärke der deutschen Wirtschaft besteht im gegenseitigen Vertrauen. Aber was der Vorstand von Siemens mit den Belegschaften macht, ist Zerschlagung von Vertrauen. Vertrauen zwischen den Belegschaften und dem Firmenmanagement ist in Krisenzeiten ein hohes Gut. Und gerade wenn wir an das Unternehmen denken, Siemens hatte Krisen und konnte sich in seinen Krisen vor allen Dingen auf die verantwortungsbewusste Haltung der Belegschaften verlassen. Jetzt so mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei den Milliardengewinnen umzugehen, das schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Dieser Vertrauensbruch ist umso schwieriger, weil sich ein wichtiger Arbeitgeber vor allen Dingen aus dem Osten unseres Landes zurückzieht. Aus Regionen, die den Rückzug von Siemens eben nicht leicht auffangen können. Und gerade in Ostdeutschland müssen wir nicht Werke schließen, sondern Perspektiven bieten. Und man darf auch daran erinnern, auch hier ist Steuergeld geflossen, dass bei den Betriebsansiedlungen im Osten diejenigen, die dort ihre Firmen eröffneten, auch staatliche Förderung bekamen. Umso schlimmer, wenn es jetzt angesichts der guten wirtschaftlichen Lage dazu kommt, dass dort Menschen und ganze Regionen gefährdet werden. Es geht darum, meine Damen und Herren, Verantwortung zu übernehmen. Gerade ein Unternehmen wie Siemens, das seit 170 Jahren für Innovation, für Qualität und für erfolgreiches Wirtschaften steht, sollte in der Lage sein, weitgehend vorauszuplanen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Perspektiven zu bieten. Und deshalb noch einmal Managementfehler. Wenn sich bestimmte Betriebsspachten kompliziert entwickeln, man aber zugleich auf der anderen Seite in anderen Betriebsspachten Riesengewinne erzielt, dann kann man die doch nutzen, um die Schwierigkeiten abzufangen. Nein, stattdessen wird zu einem alten System gegriffen, zu einem alten Mittel, das kapitalistische Unternehmen immer haben. Wenn es hart wird, muss am Ende die Belegschaft bluten. Und das, meine Damen und Herren, ist völlig inakzeptabel. Insbesondere bei einem Firmenvorstand, der bisher jedenfalls immer stolz darauf war, dass er sich an die Vereinbarungen mit den Betriebsräten halten wollte, über langfristige und innovative Alternativen auch mit den Betriebsräten nachzudenken, mit den Belegschaften nachzudenken, das ist sichtlich nicht geschehen. Meine Damen und Herren, unsere Fraktion und unsere Partei und auch unsere zuständigen Ministerinnen und Minister, vor allen Dingen Brigitte Zypris und Katharina Barley, bei denen ich mich bedanken will, sind auch in einer Situation, wo die Regierungsbildung in diesem Lande nicht abgeschlossen ist. So wie wir als Partei insgesamt in der Verantwortung für die Stabilität dieses Landes. Ich möchte diesen beiden Mitgliedern der geschäftsführenden Regierung dafür danken, dass sie an der Seite der Belegschaften von Siemens steht. Wenn sie das amüsiert, sagt das mehr über sie aus als alles andere. Vielen Dank. Martin Schulz war das, der Vorsitzende der SPD hier zur Eröffnung der Aktuellen Stunde. Im Antworten wird jetzt für die CDU-CSU-Fraktion der Abgeordnete Joachim Pfeiffer, Wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Zu seiner ersten Rede hat Herr Tino Schrupalla für die AfD-Fraktion das Wort. Herr Tino Schrupalla für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie ist die Lage? Die Lage ist, dass der Weltmarkt für konventionelle Stromerzeugung sich rasant verändert. Das ist auch nicht neu. Das haben wir erlebt beim Übergang von Öl auf Kohle oder Kernenergie. Wir haben es erlebt bei der Kernenergie. Wir erleben es bei der Steinkohle, bei Braunkohle. Und wir erleben es jetzt auch bei Gasturbinen. Das ist im Übrigen auch politisch gewollt, auch von Ihnen, Herr Schulz, und Ihrer Partei, dass die Erneuerbaren stärker wachsen und ihren Anteil ausweiten. Deshalb haben wir die Situation, dass in Europa heute kein einziges konventionelles Kraftwerk mehr im Bau ist. Weltweit sieht es noch anders aus, aber die Erneuerbaren haben hier stark aufgeholt. Bei den Gasturbinen, und das ist ja die Frage, um die es geht, haben wir einen Weltmarkt, der heute noch 100, vielleicht 110, 120 Turbinen pro Jahr bedarf und zukünftig eher weniger, und haben aber weltweite Kapazitäten von 400 Turbinen. Also muss man darauf reagieren. Und das gilt natürlich auch für ein Unternehmen wie Siemens, die ja Gott sei Dank in Bereichen wie Windkraft, Onshore und Offshore, Weltmarktführer sind und einen Marktanteil von 50 Prozent haben. Im Bereich der konventionellen Kraftwerke oder bei Industriedampfturbinen haben sie 25, 30 Prozent. Und das ändert sich. Und deshalb ist es natürlich eine ureigene unternehmerische Entscheidung, sich mit diesem Weltmarkt auseinanderzusetzen und hier das Geschäftsmodell zu verändern und an die verändernden Bedingungen anzupassen. Und das versucht Siemens, indem sie eine Know-how-Bündelung in Kompetenzzentren vornehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und zu verbessern, indem sie mehr Kundennähe, auch Innovation, Kosten, Senkung und organisatorische Optimierung vornehmen. Dazu gehört leider auch, und das bedauern wahrscheinlich alle in diesem Hause, auch ein Arbeitsplatzabbau in diesen Sektoren. 6.000, 7.000 weltweit, davon 2.500 bis 3.000 höchstwahrscheinlich in Deutschland. Aber der Arbeitsplatzabbau in diesen Sektoren, die ja nicht mehr wettbewerbsfähig sind, die es auch nicht mehr geben wird in der Zukunft, dem steht ja ganz auch im schumpetischen Sinne einer kreativen Zerstörung an der einen Seite, wo dann Neues erwächst, eben an anderer Stelle neue Arbeitsplätze entgegen und gegenüber. Auch bei Siemens. Allein in diesem Jahr werden über 5.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Auch im nächsten Jahr werden es über 5.000 Arbeitsplätze sein, die dort neu geschaffen werden, in diesen Bereichen, auch in anderen Bereichen wie der Digitalisierung. Und deshalb muss darauf reagiert werden. Und deshalb hilft uns, lieber Herr Schulz, Siemens-Bashing, wie Sie es hier betrieben haben, nicht weiter. Ich halte das, ehrlich gesagt, auch nicht so seriös. Das muss ich schon sagen. Und da hätte ich von Ihnen schon etwas anderes erwartet. Wir erwarten selbstverständlich auch, dass sich Siemens an gemachte Zusagen mit dem Betriebsrat und mit den Tarifpartnern hält. Sie haben Zusagen gemacht, was betriebsbedingte Kündigungen und Standorte anbelangt. Diese gilt es jetzt umzusetzen. Der Prozess beginnt ja jetzt. Und es sollen bis Ende 2018 Ergebnisse vorliegen, damit die angestrebten Maßnahmen dann bis Ende 2020 auch so umgesetzt werden können. Deshalb gehen auch wir selbstverständlich davon aus, dass Weiterqualifikation, Arbeitsplatzwechsel, Altersteilzeit oder andere Mittel hier zum Zuge kommen und dass dieses verträglich gestaltet wird. Auch wir erwarten selbstverständlich, dass gemachte Zusagen, was Bewilligungen einbelangt, Förderbewilligungen eingehalten werden. Es ist aber so, dass diese Bewilligungen längst ausgelaufen sind und auch Siemens an den Standorten ja viel investiert hat. Und auch unser Ziel ist es natürlich, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Standorte vielleicht mit anderen Inhalten erhalten werden. Aber das ist zuvorderst eine Aufgabe des Unternehmens Siemens, der Unternehmer und der Arbeitnehmer auch im Betrieb. Das ist nicht zuvorderst eine Aufgabe der Politik, weil wir sind nicht die besseren Unternehmer. Und deshalb gilt es eine Arbeitsteilung. Diese Fragen sind im Unternehmen zu lesen, von den Unternehmen, Arbeitnehmern, von den Tarifpartnern. Und wir müssen politisch die Fragen lösen, die wir entsprechend adressieren müssen. Da habe ich von Ihnen bisher nichts gehört dazu. Weder im Antrag noch von Ihnen in Ihrer Rede. Ein Satz vor freiem Handel, dass wir ein internationales Level-Playing-Field haben. Innovation und investitionsfreundliche Regulierung. Die wollten und wollen wir machen, zum Beispiel mit einer steuerlichen Forschungsförderung. Aber die Partner im Hause verweigern sich, die SPD ja vorneweg. Im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Fachkräfte, des Fachkräfteausbaus, auch im Bereich des Arbeitsrechts brauchen wir Flexibilisierung. Wir brauchen Energiepreise, die wettbewerbsfähig sind und andere Dinge mehr. Wir sind da bereit dazu. Es ist unsere Aufgabe als Politik. Lassen Sie uns dieses anpacken und lassen Sie die unternehmerischen Aufgaben im Unternehmen erledigen. Die Rahmenbedingungen setzen die unternehmerischen Aufgaben im Unternehmen. Das ist die streng marktwirtschaftliche Position von Joachim Pfeiffer, CDU-CSU-Fraktion. Hier sehen wir die Zuschauertribünen. Es sind eine Reihe von Siemens-Mitarbeitern hier eingeladen auf Initiative von Abgeordneten der SPD-Fraktion. In der Aktuellen Stunde jetzt für die AfD, Tino Schrupalla. Ein schlesischer Name, nur der Richtigkeit selber. Meine Damen und Herren, es war zu erwarten, dass die SPD die bevorstehende Schließung der Siemens-Werke, unter anderem in meinem Wahlkreis Görlitz, benutzt, um sich mal wieder scheinheilig als Arbeiterpartei zu inszenieren. Herr Schulz, das ist vor allem deshalb unglaubwürdig, weil die SPD im Verbund mit der CDU, namentlich der Kanzlerin Angela Merkel, direkt für die Schließung dieser Werke mitverantwortlich ist. Aber auch die Grünen will ich nicht aus der Verantwortung entlassen. Schließlich war es die rot-grüne Regierung, die diese Fehlentwicklung eingeleitet hat. Sie alle, wie Sie hier vor mir sitzen, haben sich der Klimaschutzideologie verschrieben und ohne Rücksicht auf Verluste die Energiewende durchgedrückt. Als direkte Konsequenz davon sind die Heimatmärkte von Siemens in der Kraftwerksparte komplett zerstört, mit der Folge, dass ein traditionsreiches deutsches Unternehmen von Weltruhm in diesem Bereich nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Am heuchlerischsten ist die SPD, die ausgerechnet zum Thema Siemens eine Aktuelle Stunde einläutet. Unter ihrer Ägide wollte Deutschland Vorreiter in Sachen globale Energiewende werden, allerdings ohne sauberes Konzept auszuarbeiten, wie dieser Wandel langfristig vonstatten gehen soll. Betriebe müssen Planungssicherheit haben. Wir haben es hier jedoch mit einer kopflosen Energiepolitik zu tun, die unseren besten Unternehmen in Strauchen bringt. Die SPD hat diesen Irrsinn mitgetragen, anstatt sich über die Konsequenten für die Arbeiter und deren Familien Gedanken zu machen. Eine der treibenden Kräfte in Sachen Energiewende waren die SPD-geführten Gewerkschaften, allen voran die IG Metall, die sich sehr früh den Klimaschutz stark machten. Mit gesunden Heimatmärkten hätten wir das Problem nicht. Aber die Vorgabe des Zentralkomitees in Berlin war nun mal die totale Abkehr von fossilen Brennstoffen. Und jetzt haben wir das Nachsehen. Japanische, amerikanische und französische Unternehmen haben diese Schwierigkeiten nicht, weil sie noch auf stabile Heimatmärkte zugreifen können. Deutschen Unternehmen wird dann zusätzlich noch im Handel mit Russland ein Bein gestellt. Insbesondere Firmen im Osten unseres Landes sind davon betroffen. Es geht aktuell um 2600 Stellen in Deutschland. Aber in Wirklichkeit geht es um viel mehr. Das Problem ist auch, dass gerade Werke in wirtschaftlich schwachen Regionen, wie in meiner Heimatregion der Lausitz, betroffen sind, die keine Lobby haben. Dazu kommt, dass nicht nur die Arbeitsplätze im Werk, sondern auch das ganze Netzwerk aus Zulieferern betroffen ist, bestehen aus Mittelständlern und Handwerkern und deren Familien. Die Menschen in Deutschland haben ihnen bei der Wahl einen Denkzettel verpasst, weil sie ihre Inkompetenz durchschauen. Glücklicherweise geben sie ja inzwischen selbst zu, die Energiewende ist eine Farce. Ich zitiere die Aussage eines Fachmanns, die am Wochenende in der Sächsischen Zeitung zu lesen war. Dem sage ich schon. Er sagte, nachdem das Ende der Atomkraft als Kampfziel weggefallen ist, versucht man nun, ein neues Thema zu finden. Dabei haben wir jetzt ein Erneuerbare-Energien-Gesetz, das uns als Industrieland voll gegen die Wand fahren wird. Diese systemkritische Aussage stammt nicht von mir, sondern vom zukünftigen sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer aus, Er hat diese verfehlte Politik der Koalition von CDU und SPD mit auf den Weg gebracht und über lange Jahre mitgetragen. Jetzt fällt ihm ein, dass Subventionen den Charakter verderben und will über eine Neuausrichtung der Energiepolitik streiten. Müssen sich unsere Unternehmen jetzt wieder auf neue Vorgaben einstellen, die nicht durchdacht und nur auf Stimmenfang ausgerichtet sind? Wir als AfD fordern, dass Parteien endlich wieder Verantwortung übernehmen müssen für die Entscheidungen, die diese Schicksale so vieler Menschen betreffen. Die Rahmenbedingungen für die Schließung der Werke hat nicht Siemens geschaffen, sondern die Politik. Zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag hat Herr Thorsten Herbst für die FDP-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Schulz, Sie machen es sich reichlich einfach. Wenn die Debatte Ihnen so wichtig ist und die Arbeitsplätze und die Perspektiven für die Siemens-Werke Ihnen so wichtig sind, Sie die amtierende Wirtschaftsministerin loben, wo ist dann eigentlich Ihre amtierende Wirtschaftsministerin? Und ich kann Sie nicht sehen, meine Damen und Herren. Und Sie machen es sich auch aus einem anderen Grund sehr einfach. Denn im Gegensatz zu Ihnen glauben wir nicht, dass der Deutsche Bundestag direkt über Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft entscheidet. Aber das, was Sie mitverantworten, Ihre Regierungspolitik unter Schwarz-Rot, hat mit dazu geführt, dass kein Unternehmen in Deutschland im Moment bereit ist, in konventionelle Kraftwerkskapazitäten und in Versorgungssicherheit zu investieren. Das sollen Sie auch zur Kenntnis nehmen, Herr Schulz. Wir als Freie Demokraten billigen Unternehmen zu, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist so. Aber, ich sage auch, Siemens ist kein kleiner Mittelständler. Und Siemens steht finanziell auch nicht mit dem Rücken zur Wand. Siemens hat deshalb eine Verantwortung, nicht nur für die eigene Aktie, nicht nur für die eigene Dividende, sondern auch für Mitarbeiter und Standorte, meine Damen und Herren. Und aus diesem Grund muss ich schon hinterfragen, warum begründet wird, dass die angeblich zu hohen Kosten gerade in den Standorten im Osten, in Erfurt, in Leipzig, in Gürlitz, in Berlin, entscheidend sein sollen, Werke zu schließen oder Produktion zu verlagern. Wenn es günstige Produktionskosten gibt, dann sind die doch eher im Osten zu finden, meine Damen und Herren, und nirgendwo anders. Deshalb kann ich die Siemens-Entscheidung auch nicht nachvollziehen. In meinem Heimatbundesland, in der Lausitz, kämpfen die Menschen heute noch mit den Auswirkungen des Strukturwandels, der durch die Wende entstanden ist. Sie sind geradewegs ein bisschen aus dem Gröbsten heraus. Es hat Hoffnung gegeben. Dann kündigt Bombardier an, Werke zu verringern in der Mitarbeiterzahl. Das Damoklesschwert Kohle schwebt über der Region, was für die Wertschöpfung eine immense Bedeutung hat. Und jetzt Siemens. Meine Damen und Herren, ich kann den Frust der Menschen in der Region verstehen. Und ich frage mich, auch bei der langen Perspektive, Siemens plant ja keinen sofortigen Ausstieg, wenn ich jetzt an den Standort Görlitz denke. Angesichts dieser langen Perspektive, warum kann es nicht so ein großer Konzern, einer von Deutschlands führenden Technologiekonzern leisten, neue Produkte zu entwickeln und über Alternativen nachzudenken, wenn man schon Produktion konzentriert, wenn man über die Aufgabe von Standorten nachdenkt. Dann kann man vielleicht auch darüber nachdenken, neue Produkte in Görlitz und anderswo produzieren zu lassen, meine Damen und Herren. Ich kann nur hoffen und ich kann es auch nur im Namen der Menschen in der Lausitz sagen, dass das Siemens Management noch einmal über seine Entscheidung nachdenkt und den Standorten eine Perspektive gibt. Wie gesagt, es ist ein Appell der Politik. Im Gegensatz zu Ihnen gaugele ich nicht den Menschen vor, dass wir hier im Bundestag über die Arbeitsplätze entscheiden. Aber ich setze darauf, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen wird und dass die Standorte eine Perspektive bekommen. Vielen Dank. Thorsten Herbst war das für die FDP-Fraktion. Ja, er kommt aus Sachsen, saß dort übrigens lange im Sächsischen Landtag und ist jetzt erstmals in den Bundestag eingezogen. Er war übrigens auch Spitzenkandidat für die FDP in Sachsen und hat natürlich noch einmal hier insbesondere auf den Verlust der tausenden Stellen hingewiesen in Deutschland und insbesondere in Görlitz und in Leipzig. Jetzt Klaus Ernst für die Linksfraktion. Herr Kruppaller, ich habe gelernt, es gibt kein Klimaproblem. Sie hätten nur noch sagen können, die Erde ist eine Scheibe. Dann hätte alles gepasst. Aber ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Meine Damen und Herren, das Thema ist eigentlich sehr ernst. Siemens hat 6,2 Milliarden Gewinne, 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Und trotzdem Arbeitsplatzabbau von über 6.000 Leuten, Hälfte in Deutschland. Martin Schulz hat es gesagt. Meine Damen und Herren, geschlossen werden soll das Turbinenwerk in Görlitz und Leipzig. Wir haben 870 Stellen, offensichtlich weniger in Berlin. Das sollen wir haben. Meine Damen und Herren, was ich da sage, ist einfach, dass ein Konzern wie Siemens, wenn er das macht, übrigens gerade in der Region, in Sachsen und anderswo, dass in den Bereichen er seiner Verantwortung nicht gerecht wird, denn ein Konzern hat nicht nur Verantwortung, Gewinne zu machen, sondern auch eine regionale Verantwortung für die Menschen, die er beschäftigt. Und der wird der Konzern nicht gerecht, was er gegenwärtig ist. Das ist das Problem. Meine Damen und Herren, für uns stellt sich die Frage hier, und zwar gemeinsam. Wollen wir dem einfach zusehen? Wollen wir zuschauen, dass auf der einen Seite die Aktionäre jubeln und die Beschäftigte die Jobs verlieren, trotz hervorragender Lage? Natürlich muss ein Unternehmer, wenn es schlecht geht, darüber überlegen, wie kriege ich meinen Laden wieder auf Kurs. Aber der ist ja auf Kurs. Sonst hätte er nicht 6 Milliarden Gewinne. Und dies ist der Zusammenhang, der nicht mehr passt. Meine Damen und Herren, und da möchte ich einfach noch einmal das Grundgesetz zitieren. Eigentum verpflichtet sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Eine Entlassung bei 6 Milliarden Gewinnen dient nicht dem Gemeinwohl, meine Damen und Herren. Darüber sollte man uns doch wohl einig sein. Oder will es irgendeiner sagen, es dient dem Gemeinwohl, dann sieht man es die Leute rauswirft. Und, weil ich ja Bayer bin, aus Leidenschaft, meine Damen und Herren, wir haben so eine schöne bayerische Verfassung, die möchte ich insbesondere meine Freundin der CSU auch mal wieder vortragen. Da heißt es, die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenze in der Rücksicht auf die nächsten und auf die sittlichen Forderungen des Gemeinwohls. Und wir sollten die Forderungen stellen, meine Damen und Herren, dass es unsittlich ist, dass das, was der Siemens-Konzern gerade treibt, meine Damen und Herren. Das sollten wir mit aller Deutlichkeit sagen. Und nachdem Siemens ja schon öfter Probleme mit dem Gesetz hatte, ich erinnere an den Schmiergeldskandal, von Pira musste zurücktreten, Klaus Kleinfeld musste zurücktreten, eine eigene Arbeiterorganisation wurde illegal gegründet, der gegen den Finanzchef wurde ermittelt, 2,5 Milliarden wurden in den Sand gesetzt, meine Damen und Herren. Siemens hat offensichtlich ein bisschen Probleme, sich legal zu verhalten. Vielleicht helfen wir dem Konzern dabei, dann können die wieder ruhiger schlafen, meine Damen und Herren, wenn wir das tun. Ein wenig. Was erwarten die Bürger von uns, meine Damen und Herren? Was erwarten die? Ich glaube, sie erwarten, dass wir hier eingreifen. Natürlich wollen wir nicht die Geschäfte von Siemens machen. Aber die Rahmenbedingungen können wir ändern. Und die Rahmenbedingungen, die wir ändern können, sind zum Beispiel rechtlich einzuschränken. Martin Schulz, und da müssen wir uns dann im Detail darüber unterhalten, wie wir es machen, dass tatsächlich solche Möglichkeiten trotz Gewinnen, Massenentlastungen durchzuführen und Werkschließungen zu machen, dass wir die einschränken. Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, wenn wir das nicht tun, wird die Politikverdrossenheit zunehmen. Wir haben die Panama Papers, wir haben die Paradise Papers. Jetzt haben wir Entlassungen trotz Gewinnen. Da erwarten die Leute, dass sie etwas tun und nicht nur zugucken. Und die Rahmenbedingungen zu verändern, meine Damen und Herren, Das würde zum Beispiel bedeuten, darüber nachzudenken, dass es zum Beispiel im Kündigungsschutz als rechtsmitzbräuchlich gewertet wird, wenn jemand, der bei so hohen Gewinnen entlässt, diese Entlassungen oder Werkschließungen durchführt. Das ist eine legale Möglichkeit, wo wir Rahmenbedingungen setzen. Wir könnten im Betriebsverfassungsgesetz zum Beispiel fordern oder ändern, dass auch bei Interessenausgleich, nicht nur beim Sozialplan, ich weiß nicht, ob eben der Unterschied klar ist, das will ich es nur noch kurz sagen, beim Sozialplan hat der Betriebsrat eine echte Mitbestimmung, den kann man über Einigungsstelle durchsetzen. Beim Interessenausgleich, also bei der Frage, ob diese Entlassungen, diese Werkschließungen überhaupt stattfinden, hat der Betriebsrat diese Möglichkeit gegenwärtig nicht. Wir könnten also das Betriebsverfassungsgesetz so ändern, dass auch bei Interessenausgleich gibt es eine volle Mitbestimmung des Betriebsrats. Und wenn der Betriebsrat Nein sagt, geht es in die Einigungsstelle, und das Unternehmen kann nicht einfach die Leute rauswerfen. Das alles könnten wir tun als Gesetzgeber, meine Damen und Herren. Und drittens, wir könnten auch das Aktiengesetz ändern, dass die Arbeitnehmerbank Nein sagen kann, wenn unter solchen Bedingungen Werke geschlossen werden oder Leute rausfliegen und auch dort eine Einigungsstelle installiert wird. Meine Damen und Herren, wir haben viele Möglichkeiten. Werder von Siemens hat mir gesagt, für augenblickliche Gewinne verkaufe ich die Zukunft nicht. Ich glaube, wir müssen den Siemens-Konsern ein bisschen helfen, sich wieder an seinen Gründer zu erinnern. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Frau Sernst war das der schwer vertretene Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, ja, ehemaliger Gewerkschaftsfunktionär. Das hat man seiner Rede auch angemerkt. Und man hätte auch gerne gewusst, was Martin Schulz, den er hier direkt angesprochen hat, da müsste man doch mal drüber reden, vor sich hin gesprochen hat. Das haben die Mikrofone natürlich nicht erfasst. Jetzt weiter hier in dieser Aktuellen Stunde, die ja von der SPD beantragt wurde, mit Stefan Kühn für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Ein Jobkahlschlag in Ostdeutschland plant, ist schlicht verantwortungslos. Mit fast 1.000 Beschäftigten und Auszubildeten ist das Görlitzer Siemenswerk eines der letzten verbliebenen Leuchttürme in der ansonsten strukturell schwachen Oberlausitz. Eine Schließung des Turbinenwerks würde die gesamte Region hart treffen. Gerade musste die östliche Stadt Görlitz von Deutschland den Abbau von Arbeitsplätzen bei Bournemouthien in ähnlicher Größenordnung verdauen. Zitat Es muss die Aufgabe von uns allen sein, Menschen, die sich zurückgesetzt fühlen, einzubinden und ihnen eine Perspektive zu geben. Dieser Satz von Joe Kaeser zum Ausgang der Bundestagswahl muss wie Hohn klingen für die Beschäftigten nicht nur in Görlitz, sondern auch in Berlin, Leipzig, Erfurt und anderswo. Seit Jahren ist bekannt, dass die Nachfrage nach Kraftwerksturbinen sinkt und weiter sinken wird. Die Belegschaft muss nun ausbaden, dass die Konzernzentrale viel zu lange an der alten Energiewende, an der alten Energiewelt festgehangen hat. Die Begründung für den Arbeitsplatzabbau in der Sparte Power und Gas, die immerhin noch 8 Prozent Umsatzrendite erwirtschaft, heißt fehlende wettbewerbliche Produkte und Überkapazitäten. Das trifft auf Görlitz überhaupt nicht zu. Davon zeugen nicht nur die vollen Auftragsbücher, sondern auch die Tatsache, dass in Görlitz Industriedampfturbinen und keine großen Gasturbinen gefertigt werden. Diese kommen zum Beispiel in Biomasseanlagen und Solarthermiekraftwerken zum Einsatz. Die Technologie der Industriedampfmaschine, meine Damen und Herren, spielt nicht nur heute, sondern auch in Zukunft eine wichtige Rolle, da sie eben nicht von fossilen Energieträgern abhängig ist. Ich habe kein Verständnis, dass diese Fakten in der Konzernzentrale von Siemens überhaupt keine Rolle spielen. Im September konnte ich mir bei einem Besuch des Betriebsrates im Görlitzer Siemenswerk ein Bild darüber machen, mit welchem enormen Niveau hier ausgebildet und produziert wird und wie stark das Werk in der Region, vor allen Dingen mit der Hochschule Zittau-Görlitz, in Innovations- und Entwicklungsfragen vernetzt ist. Der Standort ist ein vorbildlicher Partner für Schulen, Hochschulen und Betriebe in der Ausbildung von Fachkräften. Die Schließungspläne blenden dieses Potenzial des Standorts vollkommen aus. Die Pläne von Siemens zeigen aber einmal mehr. Die Abhängigkeit von Fernkonzernzentralen einerseits und die Kleinteiligkeit der Wirtschaftsstruktur andererseits sind immer noch die Achillesferse der ostdeutschen Wirtschaft. So haben 90 Prozent der Unternehmen in der Oberlausitz weniger als zehn Beschäftigte. Auch aus diesem Grund brauchen wir ein neues Fördersystem für strukturschwache Regionen, mit dem insbesondere Innovation in jeder Hinsicht unterstützt wird, damit diese Unternehmen wachsen und die Regionen stärken können. Mit zu Ende geführten Sondierungsgesprächen hätten wir mit der steuerlichen Forschungsförderung ein wichtiges Instrument vereinbaren können, um kleine Unternehmen in ihrer Innovationskraft zu stärken. Die noch nun amtierende Bundesregierung muss jetzt erst recht zu ihrer Zusage stehen, die Kohleregionen wie die Lausitz beim Strukturwandel zu unterstützen. Wir brauchen einen Strukturwandelfonds, um die Oberlausitz voranzubringen. Mich hat die große Demonstration der Siemens-Beschäftigten in Görlitz am 9. November sehr beeindruckt. Die ganze Stadt war da. Beschäftigte von Bombardier und anderen Betrieben, Schülerinnen und Schüler, Vertreter aus allen Parteien bis auf die FDP und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ebenfalls betroffenen Siemens-Standorten. Gemeinsam und solidarisch, vor dieser aktuellen Stunde, meine Damen und Herren, geht das Signal an die betroffenen Siemens-Beschäftigten. Wir stehen an eurer Seite und wir werden mit euch für den Erhalt eurer Arbeitsplätze kämpfen. Werner von Siemens schrieb einst, für den augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht. Da kann ich nur sagen, Joe Kayser, übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lassen Sie uns gemeinsam mit den Beschäftigten und der Politik nach Lösungen suchen, um eine Schließung der Standorte und den Abbau von Arbeitsplätzen zu verhindern. Herzlichen Dank. Stefan Kühn sprach hier für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, auch er in Sachsen und hat noch einmal betont, dass von dieser aktuellen Stunde auch das Signal ausgeht an die Siemens-Arbeiter, an die Werke in Görlitz und in Leipzig vor allem. Andreas Lämmel kommt ebenfalls aus Sachsen und sitzt hier für die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Das hat es an den Tag gebracht, das Vertrauen der Menschen in die soziale Marktwirtschaft hat in Deutschland einen Tiefstand erreicht. Und das muss uns allen schon zu denken geben. Und meine Damen und Herren, die Aktion, die Siemens jetzt in die Welt gesetzt hat, wird noch ein paar Prozente dazu bringen, an der sozialen Marktwirtschaft, was ja die Grundlage für das Wirtschaftsmodell Deutschland, für den Erfolg Deutschlands darstellt, bringt. Und meine Damen und Herren, wir wollen als Politik, wir können natürlich keine Arbeitsplätze schaffen, da stimme ich meinen Vorrednern zu, wir können auch keine herbeiziehen, aber wir können die Konzerne an ihre Verantwortung erinnern. Und Herr Käser, meine Damen und Herren, ist ja einer, der ständig über die Verantwortlichkeit von Unternehmern philosophiert, der ja auch meint, das Wahlergebnis ist das Versagen der Eliten in Deutschland, ob er sich dazu rechnet oder nicht, das kann ich natürlich hier nicht sagen. Was wir aber kritisieren an dem Vorgehen von Siemens, meine Damen und Herren, das ist die Art und Weise, wie dieser Konzern diese Sachen in die Welt gesetzt hat. Wenn Sie sich erinnern, hat sich vor einigen Jahren Siemens, die Siemens AG, deutschlandweit feiern lassen, dafür, dass sie einen Beschäftigungspakt, sogenannter Radolfzell II-Abkommen, geschlossen hat. Das heißt, Werkschließungen, Entlassungen können nur nach vorheriger Absprache mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft überhaupt in Szene gesetzt werden. Und meine Damen und Herren, was hat Siemens hier gemacht? Siemens hat die Beschäftigten mit einer Pressekonferenz überrascht. Ich habe mit allen Betriebsräten gesprochen. Keiner der Betriebsräte, keiner der Werksleiter wusste von diesem geplanten Kahlschlag. Und meine Damen und Herren, genau das ist der Kritikpunkt, den wir haben. So kann man nicht mit den Leuten umgehen, so kann man nicht mit den Beschäftigten eines Unternehmens umgehen, meine Damen und Herren. So, und blicken wir doch mal in die beiden Werke, die geschlossen werden sollen in Sachsen. Görlitz, Herr Kühn hat es ja kurz angesprochen, es werden dort keine Gasturbinen, sondern es werden praktisch Dampfturbinen hergestellt für einen universellen Einsatz. Und schon vor drei Jahren hat in Görlitz eine Umstrukturierung stattgefunden, die schon mal über 100 Arbeitsplätze gekostet hat, meine Damen und Herren. Und es ist ja nicht so, dass das Werk geschlossen werden soll und damit ist die Produktion weg. Nein, das Problem, und jetzt kommt der zweite Punkt dazu, es geht hier um eine Umlagerung der Produktion von Görlitz nach Mühlheim. Das heißt also, Know-how aus der Region wird nur umgesetzt in die alten Bundesländer, die Arbeitsplätze verschwinden, damit die Berufsausbildung, damit die Weiterbildung, die ganze, also ein Netz, ein riesen Netzwerk wird aus der, aus Görlitz verschwinden. Und meine Damen und Herren, die Beschäftigten in Görlitz, und das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, sind Mitglied im Siemens-Konzern. Und sie verdienen nach wie vor ungefähr 13 Prozent weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in den alten Bundesländern. Und das soll dann effizienter sein, die Produktion nach Mühlheim zu verlagern. Das muss mir Herr Käser schon noch mal vorrechnen, meine Damen und Herren. Genau derselbe Blick nach Leipzig. In Leipzig werden keine Gasturbinen hergestellt, in Leipzig werden Kompressoren hergestellt. Und von 170 industriellen Vorhaben, die in Leipzig realisiert worden sind, sind fünf Kompressorenanlagen für Kraftwerke dabei. Also 165 Anlagen wurden geliefert in die Gasindustrie, in die Ölindustrie, in die Petrochemie und in die chemische Industrie. Also auch dort im Prinzip kein direkter Zusammenhang. Und meine Damen und Herren, jetzt kommt aber noch der Gipfel der Geschichte. Das Werk in Leipzig ist nicht mal im Tarifverbund Ost. 27 Jahre nach der Deutschen Einheit hat Siemens Unternehmen, die nicht mal zum Tarifgebiet Ost gehören, Erst jetzt, meine Damen und Herren, hat sich Siemens bereit erklärt, in einem fünfjährigen Stufenplan das Werk in Leipzig in den Tarif Ost zu heben. Also das ist schon ziemlich skandalös für so einen Konzern, der weltweit unterwegs ist. Meine Damen und Herren, mir geht es hier überhaupt nicht darum, in unternehmerische Entscheidungen einzugreifen. Das geht auch überhaupt gar nicht. Siemens muss selbst wissen, wie es seine Zukunftsfähigkeit herstellt. Aber es geht darum, und das würde ein Mittelständler immer machen, er würde immer zuerst darüber nachdenken, was mache ich morgen dort und was kann ich morgen dort machen, wofür kann ich die gut ausgebildeten Beschäftigten nutzen, um sozusagen einen Standort zu erhalten und weiter auszubauen. Und das ist das, was wir von hier aus von Siemens verlangen. Und deswegen stehen wir an der Seite der Beschäftigten und werden mit Ihnen gemeinsam auch kämpfen. Sagt Andreas Lämmel für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin hier wird sein Eva Högl für die Sozialdemokraten. Sie hat ihren Wahlkreis in Berlin Mitte und hat heute auch zusammen mit ihrem Kollegen Sven Schulz hier ein gutes Dutzend Siemens-Mitarbeiter eingeladen, die hier auf der Tribüne sitzen und der Debatte zuhören. Die CDU-CSU-Fraktion hat diese Aktuelle Stunde heute beantragt, damit wir hier vom Deutschen Bundestag aus ein ganz deutliches Signal senden für den Erhalt der Arbeitsplätze bei Siemens. Die SPD steht geschlossen und ganz fest an der Seite der Beschäftigten und an der Seite des Betriebsrats und der IG Metall beim Einsatz für diese wichtigen Arbeitsplätze und beim Erhalt der Standorte in Berlin, in Offenbach und in Ostdeutschland. Und ich freue mich deshalb sehr und blicke nach oben auf die Tribüne, dass heute Beschäftigte der beiden Werke hier in Berlin, des Gasturbinenwerks in Moabit, in meinem Wahlkreis Berlin-Mitte und des Dynamowerks in Spandau, dass aus diesen beiden Werken die Beschäftigten hier heute unsere Debatte verfolgen, unsere Einladungen gefolgt sind und ich denke, auch viele Beschäftigte werden sicherlich entweder auf dem Computer oder am Fernsehen sitzen und unsere Debatte verfolgen. Herzlich willkommen heute hier bei uns im Bundestag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon viel gesagt. Ich betone es noch mal ganz deutlich für die SPD. Dieser Stellenabbau, den Siemens plant, der ist sowohl unverständlich als auch unverantwortlich und damit ein Skandal. Und wir erwarten, dass diese Pläne von Siemens zurückgenommen werden. Bei einem Gewinn von mehr als 6 Milliarden Euro ist es absolut unverständlich und indiskutabel, dass die Antwort auf diesen Gewinn Stellenabbau ist. Denn es sind die Beschäftigten, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das wissen alle, sind die Beschäftigten, die diese Gewinne erwirtschaften, die es erfolgreich geschafft haben, wenn Unternehmen gut dastehen und Siemens steht gut da im Weltmarkt. Das ist Ihre Arbeit, Ihre Leistung, Ihr Erfolg. Und wenn für diese Arbeit die Belohnung lautet Stellenabbau, dann läuft doch etwas ganz gewaltig schief. Und wir wissen ganz genau, dass der Grund nur kurzfristige Rendite ist. Hier wird viel über Strukturpolitik gesprochen und es wird sogar vorgetragen, die Energiewende und unser gemeinsames Bemühen um den Klimawandel und Klimaschutz sei der Grund dafür, dass Siemens nun einen Strukturwandel vornehmen muss und dass entsprechend viele Stellen abgebaut werden muss. Das ist absolut falsch. Denn gerade diese Gasturbinen sorgen dafür, dass die Energiewende auch positiv gestaltet werden kann. Sie sind ein Beitrag zur Energiewende und das Argument Klimaschutz und Energiewende ist absolut vorgeschoben. Und selbst wenn es ein Grund wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann wäre es doch die Aufgabe des Siemens Management, diesen Strukturwandel mit den Beschäftigten aktiv zu gestalten und die Energiewende aktiv zu gestalten und mit einer guten Strukturpolitik zu unterfüttern. Und ich will auch noch mal deutlich sagen, wie wichtig Industriearbeitsplätze in Deutschland sind. Industriearbeitsplätze mit guten Löhnen, mit Tarifverträgen, mit Mitbestimmung, mit starken Gewerkschaften, das sind die Arbeitsplätze, die zukunftsfest sind, die nicht abgebaut, sondern ausgebaut werden müssen. Und ein weiterer Gesichtspunkt ist noch das Stichwort Innovation. Diese Technologie ist absolut nicht veraltet. Sie ist vorne in Sachen Innovation. Und wir brauchen die Produktion, um Innovation zu entwickeln. Innovation geht nicht ohne Produktion. Und deswegen müssen wir auf der Basis von Produktion zukunftsfähige Arbeitsplätze entwickeln und die entsprechende Produktion weiterentwickeln. Und das geht nur mit den Beschäftigten und das geht nur mit Produktionsstandorten. Meine letzte Minute zur sozialen Marktwirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sagte es eben schon, es geht hier um kurzfristige Rendite und nicht um eine verantwortungsvolle Standortpolitik. Soziale Marktwirtschaft heißt aber, dass alle, die Verantwortung tragen, und das sind die Unternehmen, das Management, das sind die Beschäftigten, die Gewerkschaften, und das sind auch wir, die politisch Verantwortlichen, dass wir gemeinsam die Verantwortung wahrnehmen für hochwertige Arbeitsplätze und für die Sicherung von Standorten. Und deswegen kann dieser Standort, diese Standortschließung und dieser Arbeitsplatzabbau überhaupt keine Antwort sein in einer sozialen Marktwirtschaft. Sondern wir wissen, dass die Beschäftigten ihre Verantwortung wahrgenommen haben. Sie haben den Strukturwandel möglich gemacht. Die Gewerkschaften haben ihre Verantwortung wahrgenommen. Und das ist, Herr Pfeiffer, kein Siemens-Bashing. Wenn ich jetzt ganz deutlich sage, jetzt ist Siemens in der Verantwortung, gemeinsam mit anderen Akteuren Alternativen zu suchen für den Stellenabbau, Perspektiven für die Standorte und das Innovationspotenzial auszubauen. Und auch wir hier im Deutschen Bundestag und in der geschäftsführenden Bundesregierung, wir werden unsere Verantwortung auch wahrnehmen mit besten Rahmenbedingungen für Unternehmen. Es gibt auch gute Beispiele, beispielsweise der Auftrag aus Ägypten, der dem Gasturbinenwerk in Moabit geholfen hat. Der ist auch durch politische Mitwirkung entstanden, des früheren Wirtschaftsministers Gabriel. Und die Ministerpräsidenten haben sich zu Wort gemeldet. Und ich sage auch ganz klar, auch die Bundeskanzlerin ist jetzt in der Pflicht, ihre Aufgabe wahrzunehmen, alle Akteure an einen Tisch zu bringen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für den Erhalt der Arbeitsplätze. Herzlichen Dank. Eva Högl war das für die SPD-Fraktion. Und auf der Tribüne haben die Siemens-Mitarbeiter hier zugehört. Ankündigung des baldigen Endes der Rede ersetzt nicht das Ende der Rede. Ich bitte also, auf die Zeitangabe zu achten. Das Wort hat Dr. Heiko Hessenkämper für die AfD-Fraktion zu seiner ersten Rede. Und Heiko Hessenkämper kommt ebenfalls aus Sachsen, wie die Redner vor ihm auch. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In der von der SPD beantragten aktuellen Stunde stehen die angekündigten Werkschließungen von Siemens auf der Agenda, die mit Auswirkungen auch auf die Zulieferindustrie gerade für Ostdeutschland einen wirtschaftlichen Kahlschlag bedeuten. Bei diesen Problemen sollten Strukturen analysiert werden, und es wird ein bestimmtes Muster erkennbar. Ideologie getragene gesellschaftlich-politische Entwicklungen mit daraus folgenden dirigistischen Eingriffen in die Wirtschaft haben von der Politik nicht berücksichtete Auswirkungen, die in solche Probleme führen wie nun bei Siemens erkennbar. An den Gräbern deutscher Arbeitsplätze werden dann Krokodilstränen vergossen, und in populistischer Manier erheben sich Pseudoforderungen als Augenwischerei für die betroffenen Arbeitnehmer mit dem bekannten Ruf »Haltet den Dieb!«, Industrie-Schelte zu vollziehen, um von der eigenen Mitschuld abzulenken. Wir werden dieses Muster noch bei dem Antrag der SPD zur ThyssenKrupp-Tata-Stilfusion erkennen. Eben diesem Muster ist schon die deutsche Kernenergieindustrie zum Opfer gefallen und wichtige Bereiche der Biotechnologie. Welche Industrien sollen noch aus Deutschland vertrieben werden? Ich kann für unser Land nur hoffen, dass wir in wenigen Jahren dies nicht mit der Automobilindustrie erleben müssen, wie es sich im Augenblick abzeichnet, und dass mit der AfD noch gegengesteuert werden kann. Zurück zu Siemens. Hier ist jetzt die Kraftwerksparte betroffen. Aber wer ist denn verantwortlich für die unstrukturierte Energiewende bei uns in Deutschland? Und global? Die von der politisch-medialen Klasse so gefeierten Klimaschutzziele und Abkommen gehen natürlich zu Lasten der Kraftwerksbauer. Hier wäre mehr Aufrichtigkeit gegenüber den betroffenen Arbeitnehmern zu wünschen. Schließlich das Russland-Embargo. Auch eine politische Aktion, was weniger von den USA, dafür umso mehr von Deutschland umgesetzt wurde. Die Modernisierung des russischen Kraftwerksbestands durch deutsche Firmen mit erheblichen positiven Umwelteinflüssen findet nicht statt. Man muss den Eindruck gewinnen, dass die vernetzten Auswirkungen politischer Entscheidungen nicht allen Akteuren bewusst sind. Lassen Sie mich zu einem Ausblick kommen. Dieses Kind, das aktuelle Siemens-Problem, ist in den Brunnen geworfen worden. Was können wir also zukünftig zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes tun? Drei erste Punkte wären zu nennen. Erstens. Hören Sie endlich auf mit der ideologiegetriebenen Wirtschaftspolitik. Kommen Sie zurück auf den Boden der sozialen Marktwirtschaft. Zweitens. Stoppen Sie den Verfall unseres Bildungssystems mit den katastrophalen Experimenten, gerade in den rot-grün dominierten Bundesländern. Gut ausgebildete Menschen sind die Basis jedes wirtschaftlichen Erfolges. Drittens. Optimieren Sie mit uns die Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung. Nur Innovationen sind der Grund für nachhaltigen Profit. Ja, Profit. Und damit nämlich Prosperität für die gesamte Gesellschaft. Dies sind die Maßnahmen, die dauerhaft Arbeitsplätze erhalten und schaffen und nicht populistische Aktionen. Werden Sie sich als Volksvertreter Ihrer Verantwortung für unser Land und unsere Bürger endlich bewusst. Sie sind dem Volk und nicht Ihren Ideologen verpflichtet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Dr. Andreas Lenz für die CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin für die CDU-CSU-Fraktion, natürlich auch, wenn ich Sie ungern korrigiere. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der deutsche Arbeitsmarkt steht so gut da wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. So erreichte die Zahl der Erwerbstätigen im September diesen Jahres einen erneuten Höchststand mit 44,5 Millionen Menschen in Beschäftigung. Das sind 600.000 Menschen mehr als zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr. Und dieser wirtschaftliche Erfolg hat auch einen Namen. Das ist die unionsgeführte Bundesregierung. Bayern läuft natürlich noch mal besser, Kollege Ernst. Aber gleichzeitig merkt man einmal mehr bei einem geplanten Stellenabbau, wie jetzt bei Siemens, dass die gute wirtschaftliche Situation nicht Gott gegeben ist. Wir stehen als Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb und sind durch unsere Exportorientierung auf die Weltmärkte angewiesen wie kaum ein anderes Land. Und das gilt natürlich insbesondere für ein multinationales Unternehmen wie Siemens. So ist die globale Nachfrage nach großen Gasturbinen drastisch gesunken. Auf etwa 110 Turbinen pro Jahr wird die globale Nachfrage sich zukünftig entwickeln. Und wir haben Fertigungskapazitäten von circa 400 Turbinen im Jahr. Und es ist eben auch hier so, dass es sich um globale Trends handelt, wie es sich auch bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien um globale Trends handelt. Und darauf muss Siemens natürlich reagieren. Tätä es das nicht, wäre das ebenso verantwortungslos. Allerdings gilt es auch zu betonen, dass gerade Siemens an anderer Stelle vom Umbau der Energieversorgung massiv profitiert, beispielsweise beim Ausbau der Offshore-Kapazitäten. Das zeigt sich auch in der Gesamtprofitabilität des Unternehmens. Und jetzt muss ich schon auch sagen, dass ich mir die Kommunikation von Siemens hier sicherlich anders gewünscht hätte. Es geht nicht, dass die Arbeitnehmervertretungen vom geplanten Stellenabbau aus den Medien erfahren. Einen solchen Stil mag man vielleicht im Umgang von Parteien intern manchmal gewohnt sein. Aber das ist kein Umgang auf Augenhöhe. Und das müssen wir aus Politik natürlich auch klar sagen. Das müssen wir klar anmahnen. Gerade Siemens als globales Vorzeigeunternehmen hat natürlich auch eine Verpflichtung, seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Wertschöpfung durch Wertschätzung. Das geht nur miteinander. Und Verantwortlichkeit sieht natürlich an dieser Stelle anders aus. Aber mit Verantwortungslosigkeit kennen Sie sich von der SPD ja sehr gut aus. Deswegen haben Sie ja auch diese Aktuelle Stunde beantragt. Insgesamt ist ein Abbau von 6.900 Stellen geplant. Davon die Hälfte in Deutschland im Bereich Power. Und an anderer Stelle hat es ja auch die jüngste Vergangenheit gezeigt. Im Bereich Power und Gas geht es konkret um 2.600 Stellen in Deutschland. Dabei sollen die Werke in Görlitz und Leipzig geschlossen werden. Aber auch Erfurt, Mülheim, Offenbach, Erlangen und Berlin sind betroffen. Gestern haben hier in Berlin hunderte Mitarbeiter um das Berliner Gasturbinenwerk in Moabit gegen den Stellenabbau protestiert. Das Motto Wir umarmen unser Werk zeigt die Verbundenheit der Menschen zum Unternehmen. Diese Verbundenheit ist für Siemens eigentlich ein Werk, ein Wert an sich. Und es geht um Schicksale. Es geht um Existenzen. Es geht um Menschen. Und das häufig noch, dass so in strukturschwachen Gebieten. Das haben wir ja auch gerade gehört. Das kann niemanden kalt lassen. Deshalb gilt es auszuloten, kreativ zu sein, wie man da, wo Aufgaben wegfallen, Ersatz finden kann. Auch die Kanzlerin hat sich eingeschaltet. Und auch wenn die Politik letztlich unternehmerische Entscheidungen nicht übernehmen kann und auch nicht soll, geht es darum, an die Verantwortung der Akteure zu erinnern. Das Unternehmen sagt, dass die Maßnahmen sorgfältig, umsichtig und langfristig angelegt werden. Daran werden wir die Unternehmensleitung auch messen. Die Wirtschaft ist letztlich immer für den Menschen da und nicht andersrum. Der Unternehmensgründer Werner von Siemens meinte, mit tätigem Eingreifen in die gefürchteten Räder des Schicksals kann man manches Unheil abwenden. Diesen Geist wünsche ich dem aktuellen Unternehmen auch. Herzlichen Dank. Andreas Lenz war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner kommt aus den Reihen der Sozialdemokraten. Thomas Jürg wird das sein. Thomas Jürg ist geboren in Görlitz und hat da auch seinen Bundestagswahlkreis. Also er auch noch mal direkt vor Ort wird wahrscheinlich auch etwas über die Betroffenen dort erzählen. Jetzt Thomas Jürg. Eigentlich hervorragende Zahlen, die der Siemens präsentiert hat auf der Jahrespressekonferenz am 9. November. Rekordumsätze, Rekordgewinne. Und dann der Schicksalsschlag für ganze Standorte in Deutschland bis hin zur Schließung. 6.900 Beschäftigte wären weltweit abgebaut, ungefähr 3.000 in Deutschland. Das ist eben nicht soziale Marktwirtschaft, wie Sie uns vorstellen. Ich bin sehr dankbar, dass es differenzierte Wortmeldungen auch aus der Reihen der CDU- und CSU-Fraktion dazu gegeben hat. Der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Joe Kesa, wird ja häufig eingeladen zu Vorträgen. Er ist ein gefragter Gesprächspartner und viele Zitate können ihm zugeschrieben werden. Übrigens sagte er bei seinem Amtsantritt als Siemens-Chef im Jahr 2013 wörtlich, Es ist keine unternehmerische Leistung, möglichst viele Arbeitsplätze zu vernichten. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke mal, Sonntagsreden sollten auch in der Arbeitswoche Bestand halten. Was sage ich jetzt den Beschäftigten, die vom Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, die eigentlich mit ihrer tagtäglichen fleißigen, innovativen Arbeit zu diesem Rekordergebnis beigetragen haben. Die müssen sich doch völlig verhöhend vorkommen. Und deshalb sage ich ganz klar, unsere Solidarität zählt allen Beschäftigten deutschlandweit, die von diesen Sparmaßnahmen betroffen sind. Und ich blicke auf mein Heimatbundesland Sachsen. In Leipzig das Kompressorenwerk, Schließung, 270 Beschäftigte, in Görlitz an der Neiße, 960 Beschäftigte zur Schließung. Das ist eine beschäftigungspolitische Katastrophe in Ostdeutschland. Ich rede jetzt noch nicht mal über Görlitz, über Erfurt oder Berlin oder Standorte wie Mülheim oder Erlangen oder Offenbach in Westdeutschland. Generell ist es so, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das für uns alle nicht akzeptabel ist bei diesen guten Ergebnissen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann gilt es wirklich, den Praxischeck einmal zu machen. Und ich sage mal so, natürlich ist die übrigens weltweite Marktentwicklung bei der fossilen Stromerzeugung sicherlich schwierig und angespannt. Keine Frage, da gibt es ja auch ein politikgewolltes Umdenken. Aber am Standort in Görlitz werden viele Produkte hergestellt, die davon gar nicht betroffen sind. Das gehört auch zur Wahrheit. Görlitz ist eben Weltspitze in der Ausrüstung die zentraler Biomassekraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung oder von solarthermischen Kraftwerken und hat übrigens auch volle Auftragsbücher. Und auch in Leipzig werden Turbokompressoren für die Prozessindustrie hergestellt, die eben nicht nur im energetischen Bereich, sondern auch in der chemischen Industrie und bei der Stahlproduktion zum Einsatz kommen. Jokesa sagt ja gerne, dass beides wichtig ist. Mensch und Marge. Aber offensichtlich ist bei dieser Entscheidung von Siemens darüber nicht ernsthaft nachgedacht worden. Wer sich nämlich die aktuelle Geschäftsentwicklung anschaut, der wird feststellen, dass insbesondere bei der Division Power & Gas statt geplanter 11,4 Prozent im letzten Jahr nur noch 10,3 Prozent erreicht wurden. Jetzt frage ich aber Sie mal alle doppelstelliger Gewinnzuwachs. Das ist doch wohl unglaublich und dass man dann Arbeitsplätze abbaut, wenn die Gewinnmarge immer noch so hoch ist. Es ist doch eigentlich verlogen zu sagen, die Arbeiternehmer haben falsch gearbeitet, sie haben schlecht gearbeitet, wenn diese Ergebnisse verkündet werden können. Über die strukturellen Folgen in meiner Region will ich gar nicht weiter reden. Die sind verheerend. Wir haben nur einmal ein Geflecht aus Zulieferunternehmen. Wir haben eine enkel Kooperation in Görlitz beispielsweise mit Schulen und Hochschulen. Das alles wird kaputt gemacht und aufs Spiel gesetzt. Das ist ungerechtfertigt und unverantwortlich, meine sehr verehrten Amundsherren. Leuchttürme im Osten sind gefragt. Wir müssen neue aufbauen, nicht abbauen. Was die Perspektiven anbetrifft, will ich darauf hinweisen, dass vor Kurzem 52 Unternehmen und Verbände in Deutschland ein Bekenntnis zur Klimapolitik veröffentlicht haben. Siemens hat diese Erklärung mitgetragen. Darin heißt es übrigens, dass das Pariser Klimaabkommen die unternehmerische Planungssicherheit erhöht und zusätzliche Investitionen ermöglicht. Nehmen wir also Siemens beim Wort. Investieren Sie von Siemens in Görlitz, Berlin, Obbach, Erlangen, Mülheim, Leipzig und Erfurt. Tun Sie etwas für die Zukunft, auch gerade in Ostdeutschland. Herr Geser, Sie sind herzlich eingeladen, dort mitzutun. Kommen Sie nach Görlitz, schauen Sie sich das Werk an und helfen Sie mit, dass das Unternehmen eine Zukunft auch in Ostdeutschland hat. Thomas Jürg war das für die SPD-Fraktion. Und die SPD hatte diese Aktuellen Stunde ja zum Arbeitsplatzverlust bei Siemens hier auch beantragt. Wir kommen jetzt zur letzten Rednerin in dieser Aktuellen Stunde. Jana Schimke wird es sein für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vielleicht ein paar einschätzende Worte zum Abschluss. Ich finde es immer wieder anmaßend, wie in der Politik, wie im Deutschen Bundestag über die Ursachen unternehmensinterner, ureigener unternehmensinterner Entscheidungen geurteilt wird. Da kommen dann die Gewinne, ja, da heißt es dann, ja, die machen Gewinn. Und deswegen seien Sie nicht berechtigt, Stellen abzubauen oder umzustrukturieren. Reicht denn eine einfache Kennzahl, Herr Schulz, aus, um so ein Urteil zu treffen über ein Weltkonzern? Reicht das aus? Oder an die AfD? Die Energiewende ist schuld. Alles ganz furchtbar. Ja, was denn? Wollen wir technologischen Fortschritt abschaffen? Wollen wir stehen bleiben auf der Stelle? Es geht doch nicht darum, ob ein Ja oder Nein. Es geht doch um die Frage, wie wir eine kluge Politik für die Zukunft machen und wie wir unser Land fit für die Zukunft machen und wie wir die Einschränkungen, die das alles natürlich mitunter auch manchmal mit sich bringt, auch für die Unternehmen, auch für die Beschäftigten maßvoll umsetzen. Und ich weiß, wenn Sie wollten oder wenn Sie könnten, würden Sie alle Arbeitsplätze per Gesetz schaffen. Aber das können wir nicht. Und das Schlimme ist, dass Sie das den Menschen immer wieder erzählen, dass Sie es ihnen immer wieder glaubhaft machen, dass das in unserer Macht liegt. Das tut es aber nicht, Herr Ernst, das tut es nicht. Meine Damen und Herren, ich stehe heute hier auch als Vertreterin für die neuen Bundesländer. Natürlich auch in meiner Heimatregion liegt die Lausitz. Auch wir sind natürlich vom Braunkohleausstieg betroffen. Und ich weiß, dass der Stellenabbau von Siemens natürlich bitter ist für Ostdeutschland. Und er ist bitter für die Beschäftigten, die in diesem Industriezweig arbeiten. Die Menschen arbeiten gerne für ein Unternehmen wie Siemens. Das kann ich gut nachvollziehen. Dort herrschen gute Arbeitsbedingungen. Dort gibt es eine Tarifpartnerschaft. Es gibt einen Betriebsrat, der sich für die Arbeitnehmerrechte stark macht. Das haben wir in Ostdeutschland nicht so oft. Und natürlich ist natürlich auch ein Unternehmen wie Siemens, ein Industriekonzern wie Siemens ein politischer Erfolg für die ostdeutschen Bundesländer gewesen in der Nachwendezeit. Wir haben bis heute relativ wenig Industriearbeitsplätze im Osten. Wir haben, und das können wir, das müssen wir uns leider immer wieder jährlich auch im Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vortragen lassen, natürlich auch weniger Wertschöpfung in den neuen Bundesländern. Und wir haben eine niedrige Lohnstruktur und, 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 und. Das haben wir alles nicht. Richtig. Aber deshalb ist es wichtig, eine Politik zu machen, die darauf abzielt, Arbeitsplätze zu erhalten. Und zwar, indem wir sie maßvoll ausgestalten. Da geht es zum Beispiel um die Braunkohle in der Lausitz. Nicht zu sagen, morgen ist Schluss und das war's, sondern zu überlegen, wie kriegen wir den Strukturwandel hin. Und wie schaffen wir vor allen Dingen ein realistisches Zeitfenster, das auch im Sinne der neuen Bundesländer ist. Auch im Sinne der Betroffenen, der Zulieferindustrie und der Beschäftigten, die wohlgemerkt auch dort arbeiten. Das sind Tausende von Menschen. Meine Damen und Herren, Wirtschaft folgt eben anderen Mechanismen als Politik. Ich habe den Eindruck, das haben Sie manchmal alle nicht so ganz verstanden. Deshalb brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb. Auch das spielt natürlich eine Rolle in diesen unternehmerischen Entscheidungen. Wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen im energiepolitischen Bereich, in Strukturfragen, in Steuerfragen, aber auch natürlich in sozial- und arbeitsmarktpolitischen Fragen. Und es gibt, meine Damen und Herren, und das möchte ich vielleicht auch an die Besucher auf den Besuchertribünen sagen, es gibt keinen endgültigen Schutz vor unternehmensinternen Entscheidungen. Ein Unternehmen ist keine Behörde, wo ich einen politischen Beschluss treffe und sage, heute ziehst du hierhin, morgen ziehst du dorthin um. Das dürfen, das können wir den Menschen so nicht sagen. Aber ich möchte eines schon noch klarstellen. Und da will ich durchaus auch etwas Kritik laut werden lassen in Richtung Siemens. Die Diskussion, die Außendarstellung des Konzerns ist natürlich so auch nicht ganz sauber und auch nicht ganz ehrlich. Der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser hat kürzlich gesagt, in Richtung an alle politischen Parteien, Zitat, Das ist die Aufgabe von uns allen Menschen, die sich zurückgesetzt fühlen, eine Perspektive zu geben. Deswegen wäre mein Votum in die heutige Runde und mein Petitum auch, Ihnen und das Unternehmen, den Konzern auch daran zu messen. Diese Verantwortung haben die Unternehmen eben nicht nur die mittelständischen und familiengeführten Betriebe, sondern auch große Konzerne wie Siemens, meine Damen und Herren. Noch drei Worte zum Abschluss, da meine Zeit bereits abgelaufen ist. Siemens hat ganz klar, Siemens hat ganz klar gemacht, dass Sie Ihre Mitarbeiter halten wollen. Deswegen kommt es natürlich jetzt auf die Vertragspartner an, dass sie ihre Verhandlungen auch klug ausgestalten und Beschäftigten eine berufliche Perspektive geben. Im Konzern Siemens gibt es 3.200 freie Stellen. In Deutschland betreibt das Unternehmen jährlich einen Stellenaufbau von 5.200 Stellen. Und um noch einen letzten Gedanken zu sagen, auch der MINT-Herbstbericht des Wirtschaftsinstituts in Köln hat gesagt, dass wir in Deutschland 469.300 unbesetzte Stellen im MINT-Bereich haben. Meine Damen und Herren, sagen Sie den Leuten nicht immer, dass Stellenabbau das Ende des Lebens bedeutet. Nein, es geht auch weiter. Wir haben Fachkräftemangel. Viele Betriebe suchen Mitarbeiter. Versuchen Sie, den Menschen Hoffnung zu machen und ihnen nicht Märchen zu erzählen. Vielen Dank. Janna Schimke war das für die CDU-CSU-Fraktion die letzte Rednerin hier in dieser Aktuellen Stunde. Auf Antrag der SPD-Fraktion.